Willst du einen Sniper mit mehr Waffen zoomen, aber ohne Elementar? Wie viele hatten die an Schaden? 1334 war das. Naja, das lohnt sich nicht, aber danke. Dann verkauf ich sie. Für mich lohnt sie auch nicht. Hat zwar ein bisschen mehr, aber zu wenig. Weißt du, Scarlet ist bestimmt einsam. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, sie bereut, dass sie mich in die Rust Yards verbannt hat. Willst du die haben, die Sniper? Ähm, ich hab die bessere, ne. Okay, dann hab ich nur die Shotgun. Okay, dann hab ich die Sniper. Wer vermisst... Du meinst du nicht, dass es die bessere Singles sind, als dich zu haben? Das ist ein Hotloader. Down. Oh, Loader. Boah, die Snipern ist so geil, ne? Ja, wem. Ich bin mal gespannt, was ich bei uns 3 spiele. Ja, ich, ich bin auch schon sehr aufgeregt, was du sagen willst. Ich mein, es gibt, ähm, bei Bollens 3, die Blonde, es gibt ja keine neuen Charaktere, aber es gab neue Skillbäume für die, äh, bekannten Charaktere. Ah, das ist interessant. Vielleicht müsste ich dann doch nochmal die Sirene spielen. Na, mal gucken. Dann könnte ich nochmal den Agenten spielen. Den Agenten. Was ist, wenn das Snipermonie ist? Oh, nein, der Exploder! Oh. Nein, geh weg! Oh, das war knapp. Äh... Es muss funktionieren. Nee. Du hättest, hättest du mir kommen sollen. Der hat dann noch zu viel Leben. Ha, Wim ist gar nicht tot. Ich respawn. Boah, also... So kacke ist die Shotgun gar nicht, wenn ich so aus der Deckung auftauche und dann nochmal einen Extraschaden draufballer. Junge, Junge, die, die zwirbelt die ganz gut weg. Nice. Oh, die Shit, ich hab die grad gewonshottet mit der Shotty. Uiuiui. Ah, dafür hab ich jetzt eben hochgejagt bekommen. Ah. Alter, ich oneshottet die dann mit der Shotgun teilweise. Was ist das denn? Ist eigentlich nicht mein Stil, so nah ran zu gehen, aber macht Laune. Ja, ich find's eigentlich auch nicht schlecht. Schon wieder! Okay, ich seh das jetzt total vor mir. Ach, Gott sei Dank, ich kann die Worn schotten. Sobald ich dir das letzte Kompass-Teil gebe, musst du alle vier Teile kombinieren und sie dann zum Magnis-Leuchtturm bringen. Das erfährst du, wo der verlorene Schatz des Sandes vertraten ist. Aha! So wird also ein Schuh draus. Ist denn klemmt? Woher irgendwie klemmt? Ja, die Kneben. Sooo. Lair of the... Lacker-Bot? Oh, was ist denn das? Ach. Lair of the... Oh, ich hab ihn... Ich hab ihn weggesnitert. Oh, ich hab ihn... Oh, ich hab ihn... Oh, ich hab ihn... Oh, ich hab ihn... Oh, die ist echt gut gegen die Roboter, das ist krass. Oh, ich hab ihn weggesnitert. Oh, ich hab ihn weggesnitert. Oh, ich hab ihn weggesnitert. Da ist ein paar Spinde... Und ein paar Spinde... Und ein paar Spinde wie deine Mutter. man soll ja nicht auf die punkte achten dann haben wir auf allem ja ja das schon richtig aber nein muss der schaden der stimmen haben slag crater das sieht nicht gut aus ist alles von mit robotern das hätte mich gerade voll an der stelle wo man sich richtung jack begibt das ohne ein schlecht arsch ich hab wieder rechtzeitig alles gut ich hab ihm den gnaden schuss verpasst da ist noch ein kleines rotes rinnsaal mein weg jetzt sie was sind sie was wollen sie das ist ein boss gegner was das ist ein bisschen reingenehm muss ich sagen danke ich habe schon ein paar kürze verpasst das schild ist fast auch okay schild ist der macht die schotty in schaden oder was macht die laser sniper die laser deswegen heißt werfen jetzt verstehe ich das auch ich hab mich schon gefragt was da der witz ist bei dem bei den namen das ist so internet ist ein froh werfen ja hörl ist okay auch der hörl ist so ein weniger verbrettet das wort das ist eher so schmeißt oder so richtig so schwingen so weißt du schleudern könnte man auch sagen elektrified phobia ja ist auch ist auch sehr also nutzt man nicht oft sagen wir so ich weiß dich ja so ungefähr tatsächlich kann hörl aber auch kotzen heißen glaube ich ja doch genau ich höre dir in der face cool so ungefähr wow jenus maria ich höre dir in k ich höre dir in k das ist gut englisch ich hab's erfunden okay jetzt haben wir gut gut das genügt komm zurück dann baue ich dir das fehlende kompass geil ich wäre auch besser du perverser bastard schön gesagt eines menschen punkt ja das ist korrekt oh jesus maria mensch da habe ich nicht vergessen ja nicht vergessen ist ganz wichtig lege zu runter ist hier hinten noch irgendwas oh ich habe gerade noch ein tor geöffnet hey du bist hier gerade an was vorbeigesprungen ist in der waffenkiste aber das ist schrott 2s 2s mgs und die sind beide kacke schade eigentlich wusste ich eigentlich schon vorher deswegen habe ich mir überhaupt nicht ja schade 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 na gut so ich lass den zug entgegen heulen ne ja äh ne ich dachte irgendwie das jetzt weg springt und denkt und du glaubst naja naja oder du hast die rhythm liegen lassen du trotter aber bist du zuständig fürs eindammen ach so okay ja das habe ich gerade beschlossen ja perfekt dieser schmutz ist widerlich ich werde den genauen mathematischen grad seiner wiederwisheit superpiraterie nach weiteren studien geil der 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 bot schickt uns los um Pornos von anderen Bots einzusammeln und guckt es sich dann selber an ja viel gut oh auf was steht der denn ich wills nicht wissen ich möchte es nicht wissen ähm ah ich würde wenn ich nur der eine KI entwickeln würde würde ich aber Pornos geben ja fühle ich fühle ich du hart komm mal mal gucken können wir können wir schnell reisen macht das sinn äh versuchen wir es mal keine copy von der floppy von dem floppy disks alter die sind ja so rückständig ja ich würde es interessieren was er dann sagt ne hier ist Herbert und Andy ist auf dem Schiff und ich dunkel ist Herbert nicht Herr Wormwater ist ja unser unsere Basis aber Herbert will ich aber schon gerne ja ja safe ja bestimmt oh ne hier gibt's Medikits und Schilde so du fährst ich muss Kuchen essen bring was mit sei vorsichtig da draußen was ich huu juhuuu ja die 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 siegen sind echt ungeil muss ich sagen die drücke ich dann immer eh statt Fee hä 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 kein Ich weiß es nicht. jetzt haben wir noch ein davor flücht war im kreis hat es so schlecht hallo wir müssen porno sammeln okay schon richtig das wird nichts immer weiter weiter wenn er fällt und schreit dann wir müssen hier den aufzug nehmen wahrscheinlich ein aufzug zu ist es ein zuzug ich denke okay die bestimmt noch niemand gefahrt oder die frage wenn du jetzt ein rollstuhlfahrer in dem fahrstuhl hast ist er dann eigentlich ein rollstuhlfahrer im fahrstuhl oder ein fahrstuhlfahrer im rollstuhl das sind die fragen die die regierungen uns nicht beantworten wir müssen einmal stellen im bundestag ja finde ich auch finde ich auch sich okay das ist auch noch keiner vorgibt wirtschaft wir sind wieder bei der referenterie das war der falsche aufzug scheiße okay wir müssen die kümmern wir kommen mit solchen fragen an denken so äh was mhm was das ungefähr gut okay aber das war ich glaube ich nicht nur ich hab's geschafft das war der zweite aufzug gar nicht hier das ist ein gebiet in dem wir noch gar nicht gewesen sind wie kommt man da hin das ist ja verrückt das sind leiter her stimmt das recht aber wie kommt man da hin nebenweg gut 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 aber cool gemacht wie sich an die welt und erschließt so lang haben ja aber auch nicht so gemacht als man jetzt irgendwie suchen muss was man auch nervig finden wenn spielen würden ja fühle ich fühle ich was ist das für ein ding da hinten heilige scheiße hier wäre ein broskampf geil beschreist bloß nicht oh gott broskampf keine sandrauben dreiköpfige riesen raupe riesen kackele oh gott mit schwanz bitte ich hab die jetzt einfach im nahkampf umgebracht sag mal wie kann man den aura das würde ich bei wollen wir feiern wenn man da sich so ein kripploch ziehen könnte und dann so millimetern auch fehlt mit so mit dem grapple hook das wäre echt cool ja Leute ich hatte mit der pistole in den kopf geschossen und sie nur so Opfer äh schön oder sonst ne Idiot ne das ist ne Flagge ich war der Idiot und da ist ein Schnipper und da ist ein Schnipper was sie und über euch das tut mir überhaupt nicht leid aber hier niger ist es die LC zu lange ist das ist echt krass ja aber wenn die auch irgendwo mal hoch dann kommen wir halt doch mit den 20 stunden ich hätte gedacht das wäre so ein werbegag ne anscheinend anscheinend zu stimmen anscheinend zu stimmen anscheinend stimmt das so rum ja ich bin aber auch so ne ich denke so kompliziert und da muss man so einen Knopf drücken das ist ja die Lösung ich muss so achso ja 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 genau genau da müssen wir lang ja wie schnauft der Psycho ja schon ein bisschen ähm unruhig muss ich sagen wenn der Sex hat schnauft er dann genauso ich hoffe nicht dass er sich fortpflanzt das wäre sehr gruselig so ein halbes Schwein doch ja wahrscheinlich was ist das denn für die Satellitenschüssel ich schätze mal die Gegner haben die wa oh ja das Mikrofon aus was das Mikrofon aus warum ich freu dich auf mich zu killen du freu dich auf mich zu killen ja ich glaube aber es wird nix das musst du verschieben Lass es fließen wie gesagt daraus wird nix nimm floppy disks auf ach nimm die auf achso äh aufnehmen achso ja die Frage ist halt nur woher die kommen achso jetzt verstehe ich das ja ich dachte halt die Gegner droppen die aber das scheint nicht der Fall zu sein ah warte mal die werden aber nicht da oben sein raus 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 ah nur sind sie auch nicht um ihnen Waffen sind sie ja viele Waffen ja vier Pistolen komm mal hier hoch ja mich schon da oh jetzt kommen sie ja alles schaut ganz bald ok äh so musst du doch noch Entschuldigung ich weiß ja was ich umbringen ich muss doch kurz shoppen Herrgott noch mal au was soll das denn oh ich glaube jetzt droppen sie ne auf www.wo droppen was funktioniert ah ja 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 ich spür meine Beine nicht mehr junger du spürst nichts mehr du kannst dich nicht mehr spüren ich hab die dumm saunarkampf getötet hi hi ja und noch eins und der ist ah Leute ich hab den letzten geil easy abschluss ja 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 es ist wieder dahin oder ah scheiße ne es ist aber in der Nähe ich warte ja ok oh nein es wäre jetzt ja witzig wenn man jetzt durch die Quest in Century oder wie das auffahren könnte oder in der Hauptstory gebiet das wäre cool der Orvian Ob wir noch Level 50 werden? Ne, ne? Boah, das wird schwer Also ich glaube, seitdem wir das DLC angefangen haben Sind wir, glaube ich, drei Level gestiegen Ich glaube, wir haben auf 32 Jack getötet Jetzt sind wir auf 35 Also 40, glaube ich, wenn wir auf jeden Fall knacken Vielleicht 45 Aber 50, oh, weiß ich nicht Das stelle ich mir sehr knapp vor Aber ein bisschen Fahrstuhl fahren Also ich stelle mir jetzt auch ein bisschen 40, oder 50 Achso, ja Es gibt ja eine 50er Quest Die ist sehr witzig, wenn die machen könnte Es gibt ja eine Quest, wo du dann 50 sein musst Ja, die heißt Dicker Oberbus voraus, Baby Ich schätze mal, das ist so ein Ding Ja, das kann sein Interessant Das wäre aber witzig, da hätten wir alle einmal gemacht Ja Vielleicht, vielleicht schaffen wir es da irgendwie hinzukommen Mal gucken Ah, okay, okay, das sind die Dinger gewesen Habst du nicht vergessen? Ja, das ist gut Bin auch noch da Ist dich Arschloch Das ist der Leviathan, oder? Ja Du kannst kaum erwarten, ihn zu killen und meinen Roscoe zu rächen Der ist denn jetzt Roscoe? War so süß War ein Hund, wa? Ja Dann wissen wir Dann wissen wir Dann wissen wir Dann wissen wir nur noch Wissen, was die Arschloch passiert ist Ja Eine Scheiße, wir haben dann ja eine Schildenscheiße Gott sei Dank sind die Bots auch nicht respawned Halt Ach, könnten doch alle DLM-Burg, alle DLM-User in der Sicht schießen, auch ein Rohrhundern anräumen Okay, bist du zufrieden? Hier gibt's nichts zu sehen Gott, wir sind aber los, perfekt Also warte mal, man konnte doch hier Warte, wo war das? War hier nicht ein Schnellreisepunkt? Na egal Ja, hinten Der war hinten, oder? Ja, mal gucken Ja, der war ganz vorne Da, wo wir reingekommen sind Ja Okay, ausgezeichnet Ja 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 Vielen Dank.